Der Fürst wurde um 1513 von Niccolo Machiavelli verfasst, die päpstliche Druckgenehmigung erschien am 4. Januar 1532 Posthum. Vorher kursierten Abschriften des Werkes, es gilt neben den Discursi, dass Machiavelli parallel zum Fürstenbuch schrieb, als sein Hauptwerk. Das Fürstenbuch lobt den neuen Fürsten, die Discursi plädieren für eine Republik. Obwohl die beiden Werke eine unterschiedliche Ausrichtung haben, geht es beiden politischen Werken Machiavelli's um dieselbe Grundfrage. Wie kann man in einer feindlichen politischen Umwelt erfolgreich sein, namentlich die Macht erwerben, sie erhalten und zu Größe steigern? Nach Alessandro Pinsani besteht der Hauptunterschied zwischen dem Fürstenbuch und den Discursi darin, dass es dem Ersteren ... Um die Machterreichung und Erhaltung geht. Die Letztere gemäß den Discursi die Erhaltung der eigenen Freiheit. Anführungszeichen. Welche Freiheit hier gemeint ist, die individuelle Freiheit der Bürger oder die allgemeine Freiheit der Republik ist nicht eindeutig. Nur stilistisch in der langen Tradition der mittelalterlichen Fürstenspiegel geschrieben, gilt der Fürst als eines der ersten, wenn nicht als das erste, Werk der modernen politischen Philosophie. Eine von Machiavelli unabhängige Interpretation entstand im Machiavellismus bzw. Anti-Machiavellismus. Hintergrund Ihr Prinzip ist Lorenzo di Piro di Medici gewidmet. Zuerst sollte es Giuliano di Lorenzo di Medici gewidmet werden, aber Machiavelli entschied sich um. Gottfried Höfe behauptet, dass einige Interpreten des Fürsten dieses als eine Gelegenheitsschrift ansehen, da es aus einer persönlichen Not und einer politischen Not verfasst worden ist. Denn am 7. November 1512 verlor Machiavelli durch die Rückkehr der Medici alle seine Ämter, wurde dadurch ins politische Abseits gestellt und zog auf sein kleines Landgut Albercaccio in dem Dorf St. Andrea in Pekaschnar, das 15 Kilometer südwestlich von Florenz liegt. Höfe jedoch widerspricht dieser Ansicht und meint, dass der Fürst keine Gelegenheitsschrift war, sondern das Werk gut komponiert. In den einzelnen Gedankenschritten wohl überlegt und vor allem von einem reichen Erfahrungsmaterial getragen, das sich der Autor sowohl dank seiner humanistischen Bildung als auch aus eigener politischen Tätigkeit erworben hat. Eines der Motive des Autors eines überzeugten Republikaners war die Gunst der Medici zu erwerben, die zu dieser Zeit Florenz regierten. Nach dem Sturz der Republik Florenz hatten ihn diese nämlich in den Kerker werfen und mehrfach foltern lassen. Nach seiner Freilassung 1513 schickten sie ihn ins Exil und selbst von Machiavelli verfasste Bettelbriefe hatten sie bis dahin nicht bewegen können, den ehemaligen Staatsbediensteten zu begnadigen. Gleichzeitig sah der Autor zur Zeit, da er dem Prinzip verfasste, Italien in Not. Denn zum damaligen Zeitpunkt war Italien in zahlreiche Kleinstaaten und Fürstentümer zerfallen und ständig von seinen Nachbarn, den Spaniern, Franzosen und Deutschen, bedroht. Als weitere Triebfeder für Machiavelles Werk kann somit der Wunsch angesehen werden, politische Lösungen zur Bewältigung dieser politischen Krise und deren negativen moralischen Folgen für den Einzelnen zu finden. Machiavelli schrieb ihr Prinzip also nicht aus reinem Eigennutz, sondern träumte von einem italienischen Staat und hoffte, dass ein Fürst kommen würde, der die Kraft und das Können besäße, Italien zu einem und zu seinem alten Ruhm zurückzuführen. Einen solchen sah er in dem für seine Grausamkeit berühmten Cesare Borgia, dessen Taten er zum Teil stark glorifizierte und ihn als lebendes Beispiel für viele seiner Handlungsempfehlungen anführte. Einen weiteren Hoffnungsträger sah er im Fürsten Lorenzo di Pirodei Medici, dem Enkel von Lorenzo il Magnifico, dem er sein Werk widmete. Ihm sollte es als eine Art politischer Leitfaden dienen. Dirk Höges geht davon aus, dass Moses mehr als jeder andere dem Idealfürsten nahe kommt. Das Buch gefiel dem Medici allerdings nicht und so konnte Machiavelli keinen Nutzen daraus ziehen. Er stieg nicht in dem erhofften Maße in der Gunst der Herrscherfamilie, sondern musste bis 1521 warten. Um als Bürger von Florenz rehabilitiert zu werden und auch sein Appell, die italienischen Fürstentümer zu einen und die fremden Besatzer zu verjagen, kamen die Medizin nicht nach. Allgemeiner lässt sich sagen, dass Machiavelli in einer Zeit des geistigen Umbruchs lebte. In Italien entstand die Renaissance und der Absolutismus begann sich auszubreiten. Die italienische Renaissance zeichnete sich durch einen Rückblick auf die Antike aus. Geistesgrößen wie Giovanni Pico della Mirandola nahmen sich diese zum Vorbild und begannen die Idee zu vertreten. Der Mensch könne sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, anstatt wie im Mittelalter sich ihm zu ergeben. Auch Machiavelli und seine Arbeiten sind stark von den Gedanken der Renaissance und des Renaissance-Humanismus geprägt. Zum Titel Die ersten Übersetzungen des Werkes in das französische, englische und deutsche stammen aus Zeit- und Vorstellungswelt des Barock, für welche der Träger der höchsten Gewalt im Staat selbstverständlich ein durch Abstammung legitimierter Herrscher sein musste. Viele dieser Übersetzungen eines in vielen Teilen Europas verbotenen Buches erfolgten nicht für das Publikum, sondern gleichsam für den Dienstgebrauch nur für einen elitären Kreis am Hof. Die erste deutsche Übersetzung stammt von Christian Albrecht von Lenz und war für die Herrscher am Hof Hüls bestimmt. Für Machiavelles politische Vorstellungen macht es jedoch keinen prinzipiellen Unterschied, Ob der Staatsoberhaupt durch Abstammung legitimiert war oder ein zur Herrschaft gelangter Adliger bzw. Bürger, Kirchenfürst oder Kondortiere war, für ihn ist der Prinzipie im Sinne des römischen Prinzeps Träger der höchsten Gewalt im Staat, und die Prinzipatie mehr oder minder monarchisch regierte Staaten. Allerdings behandelt er ausführlich die spezifischen Probleme mit denen die jeweiligen Herrschaftsformen konfrontiert sind. Es ist daher wohl richtiger, den Begriff Prinzipie im Allgemeinen mit Herrscher und Prinzipatie mit Herrschaft wiederzugeben.